Der 2027 ISS Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der 2027 ISS Slot von Endorphina bietet dir eine intergalaktische Spieleerfahrung. Mit diesem neuen Slot möchte der Spieleentwickler den ersten Flug eines Menschen in den Weltraum feiern. Dies war vor mehr als einem halben Jahrhundert, als am 12. April 1961 der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin erstmals unsere Erde verließ. Beim 2027 ISS Slot wirst du auf futuristische Technologien stoßen. Es gibt Außergewöhnliches zu bestaunen. Dieses Spiel entführt den Spieler in die unendlichen Weiten des Alls. Einige der Symbole zeigen auch eine Verbindung zum Glücksspiel. Es gibt neben futuristischer Symbolen wie Raumstationen, Astronauten oder das ISS Symbol auch eine Verbindung zum Glücksspiel mit späßigen Symbolen. Das ist ein Würfel, ein Roulette-Rad, Slots, Karten und Bingo. Der 5-Walzen-Slot mit 9 Gewinnlinien begeistert mit futuristischem Design und späßigem Sound. Der Astronautenhelm ist das Wild-Symbol. Der Hyperspace-Jump katapultiert dich in die unendlichen Weiten des Weltraums und verdoppelt dabei deinen Gewinn. Er hat auch ein Risiko-Future, in dem du die Farbe einer Spielkarte erraten musst. Hat dir dieses Video gefallen, dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.